Madhasana, die Stellung der Heiterkeit und des Rausches, ist eine andere Bezeichnung für die Tiefenentspannungslage, die Totenlage. Madha heißt Heiterkeit, gute Laune, Begeisterung. Kann auch heißen Leidenschaft, Liebesrausch, aber vor allen Dingen heißt es große Freude. Krishna heißt zum Beispiel auch Madhana, Mohan und der Liebesgott heißt auch Madhana allein. Also Freude und Heiterkeit. Und so, wenn du in die Tiefenentspannung gehst, dann kannst du sehr heiter sein, dich voller Freude fühlen. Es ist interessant, die Tiefenentspannung heißt zum einen Shavasana, die Totenstellung und zum anderen Madhasana, die Stellung der großen Freude und Heiterkeit. Manchmal, wenn du in die Tiefenentspannung gehst, bist du einfach ganz entspannt, lose und vielleicht fällst du sogar in den Schlaf hinein. Das entspricht einem mehr Shavasana. Und manchmal durchfluten dich Wogen der Freude und Wogen der Liebe, sodass du das Gefühl hast, dein Herz platzt vor Freude. Manchmal kann das in der Tiefenentspannung geschehen. Wenn du mehr wissen willst über die Tiefenentspannung, dann geh auf unsere Internetseite yoga-vidya.de und gib ins Suchfeld ein, Tiefenentspannung oder Shavasana. Dort erfährst du mehr darüber.